Jetzt neu bei FEDES, die neue Racer Air Spider Drohne 2.0 mit brandneuem Design und cooler Looping-Funktion. Dank der verbesserten Flugstabilität erreichst du mit der Racer Air Spider Drohne 2.0 eine Mega-Flughöhe von bis zu 2,5 Metern. Hier sind Action-Spaß und rasante Drehungen vorprogrammiert mit der neuen Racer Air Spider Drohne 2.0. Jetzt bei FEDES, FEDES mit V. Und wo ist dein nächstes FEDES-Geschäft?